Hallo, ich bin's wieder. Ich mache heute wieder einen Tag für euch. Ich weiß, ich werde gerade irgendwie voll zum Tagger oder zum Vlogger. Ich weiß nicht so genau, wie man es nennt. Egal, auf jeden Fall mache ich heute wieder einen Tag für euch. Und zwar mache ich heute den 50 Random Things Tag. Den habe ich jetzt beim iMaxi gesehen. Der hat ihn gemacht und ich fand ihn eigentlich voll cool. Und dann habe ich mir gedacht, ja, mache ich dann auch einfach mal mit. Der Tag geht einfach darum, dass ich euch 50 Sachen zeige, die ich bei mir jetzt hier im Zimmer gefunden habe irgendwo oder bei mir in der Wohnung oder im Haushalt, keine Ahnung. Die zeige ich euch einfach und ja, ich tagge heute alle. Und zum einen Jerrys Blog und dann noch Like a Wannabe. Ich hoffe, ihr macht das Video oder den Tag nach. Und ja, wie gesagt, ich wünsche euch einfach viel Spaß. Und wenn es euch gefällt, gebt ihr Video daumen hoch. Würde mich riesig freuen. Und ja, ich würde sagen, jetzt geht's los. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.